Tomb Raider. Drei Filme gibt es und ich habe sie alle im Kino gesehen. Dann fangen wir mal an mit dem kurzen Ranking. Platz 3. Tomb Raider von 2018. Erstmal, der Film ist recht gut, aber einer musste nun mal auf Platz 3 landen. Es gibt ja nur mal nur drei von drei. Dies ist ein Reboot der Filmreihe und auch eine halbe Verfilmung des Reboots der Videospielreihe von 2015, die ja auch sehr gut ankam. Hier ist Lara noch recht jung und grün hinter den Ohren. Viele Schießereien gibt es nicht. Der Film konzentriert sich auf Abenteuer auf einer einsamen Insel. Laras Vater ist verschwunden und sie macht sich auf die Suche. Ich hoffe, es kommt noch ein zweiter Teil. Platz 2. Lara Croft. Tomb Raider. Die Wiege des Lebens. Von 2003. Die Wiege des Lebens ist bunter, temporeicher und großflächiger angelegt als der Vorgänger. Es gibt eine Menge coole Szenen, wieder herrlich, trashig, übertrieben. Aber das macht ja auch so viel Spaß an dem Film. Ein würdiger Nachfolger zu Teil 1. Ich hatte mir noch einen dritten Teil gewünscht, der genau in dieser Machart gedreht wird. Aber jetzt, 20 Jahre später, ist es dafür ja leider zu spät. Platz 1. Lara Croft. Tomb Raider von 2001. In einer Zeit, in der wir gerade noch Tomb Raider 3 zu Ende gespielt hatten, wurde eine Verfilmung angekündigt. Da haben wir Kinder uns richtig drauf gefreut. Und der Film liefert genau das, was wir so erwartet hatten. Ein leicht trashiges 90er Jahre Trash-Abenteuer voller Blei und unrealistischer Kampfszenen. Es gibt eine Schatzsuche, es gibt Bösewichte, eine Portion gute Laune und Humor und die heiße Angelina Jolie in knappem Outfit, muss man ja auch noch erwähnen. Und eine Reise um die Welt an exotische Orte. Ein bisschen Mysterium, etwas Übernatürliches und, und, und. Typisch Action-Abenteuer. Ich hatte ihn letztens nochmal geguckt, da hat er mir weniger gefallen als vorher, aber zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, war er fantastisch. Und das zählt hier für mich. Na, gibt es Einsprüche zu meiner Reihenfolge? Ich erwähne nochmal, dass ich Trash der 90er schon ein bisschen feiere, weil ich in der Zeit aufgewachsen bin und da einfach ein bisschen Charme drin ist. Wenn ihr noch weitere Rankings sehen möchtet, gerne ein Abo und ein Like dalassen für den YouTube-Algorithmus. Und das ist dann auch eine gute Tat am Tag. Dankeschön. Dankeschön.